19 Alphapacks aus dem Battle Pass, dann wollen wir mal. Ist ja mies. Ja. Oh, nächstes Öffnen, steht jetzt dabei, wie viele man hat. Ist ja cool. Das sieht sogar cool aus. Wenn ich jetzt noch so einen guten Operator dafür hätte, der das hätte, und ich nur Glass, dann wäre so gut. Hm, hm. Das ist ganz lustig, der Stream ist halt voll verzögert. Das heißt, du weißt immer schon, wie es aussieht. Oh, Black Eyes. Jetzt musst du mehr One-Tappen mit Cap-Gun. Oder mit Flores. Die High-Schuss-Shotgun. Bliess. Staubwolke. Oh, der ist okay. Nein, im Ernst! Hm. Sieht der scheiße aus. Sieht aus wie ne... wie ne Hose. Ich wollt sagen, sieht aus, hätte ich da irgendwie so drüber tapeziert oder so. Ja, oder so. Schreck. Die hab ich sogar. Der find ich blöd. Weil es Franzoses gibt. Das ist sehr witzig. Wow. Hätte ich, hätte ich für Monty nicht den Schmetterlingskopf, würde ich das sogar tragen. Der hat bestimmt noch einen passenden Körper dazu. Ja, hat sich ja gelohnt. Also, der sieht nicht schlecht aus, aber wieso ist das? Das ist so finster, ein legendäres Duplikat. Also... Ja. Ey, ich hätte dir... Ich hätte dir den... 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 äh... Kamerakopf gewöhnt. Oh, Ölfleck! Nice! Ja, für die Pistolen. Das ist natürlich nice. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Ich mag den Skinn sehr. Okay. Wenn ich übrigens die Packs per Hand öffnen will, ne? Dann bricht er das gerne kurz vor Ende ab. So. Okay. Yeah. Wow. Hirn schonend. Was... Was hast du in der Welt eigentlich getan? Morsi hat doch gar kein Hirn. Was soll man da schonen? Der Punkt. Ja. Schwarzer Tiger. Okay. Kammern muss man aber nicht. Du hast jetzt so laut gesprochen, dass nichts ankam. Es muss Ultraschall gewesen sein. Oh, du hast Papiertüten. Neck! Ja. Das ist so toll! Und direkt mal ausgerüstet. Das muss sich ja lohnen. Oh! Mein Herz! Oh mein Gott! Oh, ich bin so neidisch. Hättste doch mal den Battle Pass mitgemacht. So. Oh, ich dachte das ist fancy. Sieht ein bisschen aus wie so ne goldene Skulptula. Stimmt. Weil es lustig ist, man. Die Philly hat mich abonniert. Ja, aber das... Macht keinen Sinn, weil ich bin seit 13 Monaten Abonnent. Was ist denn daran legendär? Äh... Deine Mutter. Ah.